Der NOBIS Arbeitsschutzpreis 2020 des Landes Baden-Württemberg. Ein Preis in der Kategorie Handwerk. Geht nach Jaxzell im Ostalbkreis. Ausgezeichnet wird die Schlösser Holzbau GmbH für die Einführung des Schlösser Partnerchecks. Eigentlich kommt es aus dem Klettersport. Im Klettersport ist es auch üblich, dass man gegenseitig sein Gurtzeug prüft, bevor man in die Wand einsteigt. Und so haben wir das für uns übernommen, uns gegenseitig zu prüfen, ob der Helm richtig sitzt, ob die Absturzsicherung korrekt angelegt ist und ob dann schlussendlich auch sich richtig an der Hebebühne oder an irgendeiner der vorgesehenen Stelle der Haken richtig gesetzt ist, dass man nicht absturzt. Durch den Partnercheck ist das Sicherheitsbewusstsein bei jedem Einzelnen enorm gestiegen. Das erkennt man einfach daran, dass jeder mit offenen Augen in puncto Arbeitssicherheit den Alltag beginnt, seine Arbeit beginnt, seine Arbeit macht. Nicht nur untereinander bei uns in der Firma, sondern wenn man auf der Baustelle ist, auch bei anderen Gewerken. Wir haben einfach ein Formblatt, wo der Partnercheck draufsteht, wo jeder jede Woche bei Einweisungen bei unseren Sicherheitsgesprächen einfach jeder darauf unterschreibt und nochmal darauf hinzuweisen, hey, wir passen aufeinander auf. Durch den Partnercheck ist das Teambewusstsein einfach auch nochmal auf eine ganz andere Ebene gekommen. Ja, selbst der Lehrling, der erst den zweiten Tag hier im Unternehmen ist, hat das Recht, einem langjährigen Kollegen zu sagen, hey, das ist nicht korrekt, was du magst, du verhältst dich nicht korrekt, sicher dich bitte. Und das wird gelebt. Der NOBIS Arbeitsschutzpreis 2020 des Landes Baden-Württemberg wir werden können da fliezer, weil wir nicht ein irgend-Auswürttemberg ohnehin. Und dann haben wir uns in das Spiel gewandacht. Vielen Dank.